Mein Name ist Topalovic Ruzica, komme aus ehemaliger Jugoslawien, Bosnien und Herzegowina und wohne in der schönen Stadt Merseburg. Ich habe mich damals, als wir nach Deutschland gekommen sind, sehr einsam gefühlt. Mein Bild von KfD ist immer Hilfsbereitschaft, weil mich KfD-Frauen damals angesprochen haben. Und ich habe wirklich von den Frauen aus KfD nur Unterstützung und Liebe, muss ich sagen, auch erfahren. Es hat mir sehr gut gefallen, dass sie sich auch um mich gekümmert haben. Das ist dieser KfD-Zusammenhalt, das viele verschiedene Schicksale, verschiedene Geschichten und jeder, jeden versteht. Und das tut mir gut. Die KfD ist für mich Heimat und Ort des Glaubens.